Oh, der Tresor ist echt so riesig? Naja, ganz ehrlich. Ja, sagt hier, Arkani sagt, äh, braucht er etwa doppelt so viel Platz wie eine der großen Large Boxen? Oder braucht er noch mehr Platz? Ach, und willkommen zurück, Arkani. Habe ich total vergessen. Oh, fuck. äh vier oder fünf wände meint sich oder was meinst du jetzt was du verarschst mich kannst du noch abwarten bis du ihn tötest wo ist denn der vier oder fünf wände hoch du machst gerade so groß ist kein tresor der welt also na gut der welt schon wahrscheinlich aber der kann mir nicht vorstellen dass so groß ist also also ganz ehrlich ist ach du scheiße wieder so einer warte noch mit denen dann bin ich dabei dann kann ich wissen meinen vogel wieder aufleveln aber da greife ich dir nicht so häufig an ganz ehrlich sonst ist mein vogel schneller tot als ich gucken kann ah danke akarni hab das dumm wie brot noch ein kot dumm wie brot noch ein drittel dann ist das viel fertig geteilt laguna etwa wer macht hat macht hat aber schön dass ich schon mal fast alles hier zurück habe was ich verloren habe da steht aber nur um drei däumchen oder wie die die kommen werte ich lady mich ich 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 Das war's. Das war's. Ja, dann wird's dauern. 20 Na dann viel Spaß Egal Aber scheiße, dann kriegt ja dein Vogel das Ding nicht mal Let's freeze 30... Oh, nee, ey, das wär... Ja, daran sieht man den... Wir brauchen unbedingt einen Kühlschrank auf unseren Schiffen. Oh Gott, verdammte Scheiße, ey. Kann es sein, dass noch ein Unclaim die Viecher freilässt? Gut zu wissen. Dann weiß ich schon mal, was ich nie wählen werde. Ja, damit ich da einen da schalten darf. Ist doch normal. Ist genau wie eine Kiste. Waffendamage wird's wie verarscht. Kranke Scheiße, ey. Das war mein Ohr. Ich wollte meine Ohren behalten, du Arsch. Ey, Laguna, weißt du, was lächerlich ist? Mein... Mein Vog... Nee, mein Vogel steht hier seit etwa einer Stunde. Und hat nur einmal Fleisch gefressen. Ey, ich glaub, ich werd demnächst mal testen, wie lange es braucht und dass unsere Tiere was fressen. Wenn sie stehen. Dann können wir uns genau ausrechnen, wie viel wir pro Nacht brauchen an Fleisch. Wie jedes Tier. Oder steht das irgendwo im Internet? Wenn das im Internet irgendwo steht, wär's auch geil. Wenn ich den hier fertig getamed habe, muss ich nochmal Fleisch sammeln. Wie nie? ... ... Ja, das war's. Und dann komme ich zum Wintergebiet. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gut. Ja, ich muss mal gucken, ob ich genügend Electronics herstellen kann. Sonst müsste ich mir erst mal aus dem Fabrikator Dingsbums kurz holen. Und dann muss ich sowieso noch farmen. Weil die Scheiße ist ja auch noch dieses Polyester. Nee, Polymer verbraucht sich ja. Oh nee, ein roter Strahl. Ey, und ich darf da nicht hin. Hier ist ein roter Strahllaguna. Ich weiß. Ich darf da nicht hin, sonst verreckt der Vogel. Wer kommt runter? Nee, nee, der ist schon da. So wie es aussieht. Warte mal, ich flieg mal kurz. Nee, ich flieg nicht hier hoch. Vier mal vier? Das geht. Ist nicht so groß. Und dann auch noch die richtige Rasse? Also Mehl oder Viehmehl? Ach stimmt ja, da ist ja so ein Ding nicht dabei. Ey, das ist ja mies. Richtig mies. Wenn du willst, kannst du ein Thema. Aber da musst du deinen anderen freilassen. Scheiße, jetzt habe ich ihn gezwungen, das zu fressen. Eigentlich sollte er das hier fressen, Mensch. Haaack.